Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag. Heute ist der 4.5. 2023. Es ist 7.13 Uhr und heute ist May the Force be with you. 4. Mai, Star Wars Tag. Also falls ihr heute irgendwelche Droiden über die Straße laufen seht oder Leute mit Lichtschwertern trefft, grüßt die freundlich und wünscht ihnen einen schönen Star Wars Tag. Ja, Donnerstag. Ich gehe wieder ins Büro, habe heute einen Termin, glaube ich. Warte mal, ich habe doch Webex gerade auf hier am Privatrechner. Einen Termin habe ich heute, glaube ich. Ich habe, ja, einen Termin um 10 Uhr und heute Nachmittag haben wir Spiele Nachmittag im Unternehmen. Es ist jetzt der zweite Termin und nächste Woche folgt zugleich der dritte. Und ja, schauen wir mal, wie das so wird. Ich freue mich auf jeden Fall, heute wieder ein bisschen mit Tobi zusammen zu zocken. Vielleicht ist auch Lisa dabei. Mal gucken. Ja, gestern bin ich nach der Arbeit vom Potsdamer Platz aus bis zu Benni und Leon nach Hause gelaufen. Ich habe, naja, so 40, 45 Minuten gebraucht, irgendwas dazwischen. War ganz entspannt, Wetter war super schön. Und man merkt jetzt auch an den Wetterseiten, liest man ab, dass sich jetzt die Temperaturen so langsam Richtung 15 beziehungsweise sogar 20 Grad entwickeln. Das heißt, der Sommer kommt jetzt langsam. Also Frühling ist so langsam vorbei und wir bewegen uns langsam in Bereiche, wo man keine Jacke mehr braucht. Ja, bin wie gesagt zu Benni und Leon gelaufen. Dann haben wir Dominion gespielt. Irgendwann so um 17 Uhr angefangen. Um 19 Uhr gab es Abendessen. Kartoffeln, gedünstete Kartoffeln mit Senfsoße und Eiers. Das war echt lecker. Selbstgemachte Senfsoße und dazu Ei. Ja, und wir hatten, glaube ich, viel Spaß. Die Dominion-Runde ging relativ lang. Ich glaube so anderthalb Stunden, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger, obwohl auf der Verpackung steht 30 Minuten. Niemals im Leben. Das hatte ich letztens auch. Letztens ist ja auch schon wieder ein bisschen her, aber über Ostern waren ja Arnie und Buff hier und da haben wir das auch gespielt. Und da haben wir auch deutlich länger gesessen als 30 Minuten. Na, mal gucken. Heute nehme ich es mit in die Firma und dann schauen wir mal, wie lange wir zu zweit sitzen. Ob das dann kürzer ist von der Zeit, weil man ja öfter dran ist. Ich glaube schon. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Heute Abend kein Stream. Ich bin ja, wie gesagt, in der Firma und habe ein Brettspiel im Nachmittag. Danach gehe ich noch einkaufen und danach bin ich mit André verabredet zum Fortnite-Spielen. Wir haben, glaube ich, schon einen Monat jetzt nicht mehr gezockt oder so und werden dann heute wahrscheinlich ein bisschen Fortnite-Spielen, ein bisschen quatschen. Ja, und dann mal schauen, ob ich heute Arnie Buff höre oder eher morgen, wahrscheinlich eher dann morgen beim Filmabend, schätze ich mal. Ja, gut, das ist es. Dann bin ich raus. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Tschüss.